Moin Leute und herzlich willkommen. Heute haben wir mal wieder eine Challenge für euch. Und zwar treten Poda und ich wieder gegeneinander an und haben dieses Mal wieder Modelle von Catch & Keep. Jedoch haben wir jetzt wirklich die Profi-Modelle von Catch & Keep. Und daher treten wir wieder ein paar Challenges gegeneinander an. Wir hoffen, es wird euch gefallen und denkt auch dran, dass wir diese Challenge rein aus Entertainment machen. Und jetzt nicht zu machen, dass wir unsere Skills zeigen wollen. Also dass wir euch wirklich nur unterhalten. Und ja, dann viel Spaß beim Schauen. So Leute, die erste Challenge geht jetzt los. Und zwar haben wir uns jetzt für Lattenwerfen entschieden. Und zwar ist der ganze Clou bei der ganzen Sache, dass wir noch die Folie auf den Handschuhen haben, damit die Bälle auch noch schön aus der Hand rutschen und so. Und ja, mal gucken, wer von vier Würfen am meisten trifft. Gott, das ist das. Ich will dir eine schöne Rautauflintheon. Ach, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ah, der war, der war, der war schon klar. So, vor letzter Seite. Jetzt muss mal jetzt einer von uns mal treffen. Jawohl, da ist der Druck. Geh ich mit um, geh ich mit um. Ah, schade. Jawohl. Ja, erstes Challenge. Scheiße. Oh Mann. So Leute, wir haben jetzt die Folie entfernt und wir müssen jetzt wirklich vom ersten Eindruck sagen, dass das echt geil ist vom Grip her. Und jedenfalls machen wir jetzt die zweite Challenge und dafür haben wir hier wieder die Bälle hingelegt und machen wieder eine Speedshot-Challenge. Das bedeutet, wir schießen so schnell wie es geht einfach diese neuen Bälle und wer am Ende mehr Tor hat, gewinnt. Wir wollten diese Challenge noch mal unbedingt machen, weil ich echt nicht drauf gehört habe, dass ich die letztes Mal verloren habe. Los geht's. Los geht's. Bist du bereit? Ja. Kannst anfangen. So, wir sind jetzt in Runde 2 dieser Challenge. Mal gucken, ob ich jetzt aufholen kann. Denn Pohr hat ja 3 getroffen und ich habe 2 getroffen. Los geht's. Bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Nee. Der Druck. Ja. Komm, der Letzte. Nein. So, letzte Runde, wer mehr trifft. Es geht jetzt um die Wurz. Bereit? Ja. Nein. Ja. 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 Das war aber eine echt gute Runde. Oh. So. Einfaches Elfmeterschießen. Jeder hat 5 Schuss. Mal gucken, wer gewinnt. Nein. Bereit? Ja. Muss ich mal nachlegen? Ist breit? Ja. Ernst, komm. Du musst dich. Der dritte ist wichtig. Druck liegt bei mir, ich muss nachziehen. Bereit? Ja. Der Druck ist jetzt da. Der wird perfekt. So, wenn der jetzt drin ist, habe ich gewonnen. Komm, Konzentration hier. Besonders, ich habe noch gar keine Parade gemacht gerade hier. Hi. 1, 2, 3. Schön, was ist dein? Der wird reingehen. 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 Der wird reingehen.